Okay. Ah, das ist ja gleich da. Das ist ja gleich da. So gleich da. Ey, den... Ich hab grad abgedrückt. Da ist ja irgendwo noch ein Fahrzeug, oder? Das ist ja da oben gleich. Gleich da oben, das ist 800 Meter weit weg. Weil er ist nicht gleich da oben. Es ist 800 Meter weit weg, es ist ja gleich da oben. Ja, ich denk mir, du rennst an allen Autos vorbei und jetzt fragst du blöd, ist da noch irgendwo ein Fahrzeug? Und da hinten kommen Feinde. Ja, ja, deswegen fahr ich jetzt. Oh ja, geil, zwar auf einmal. Los! Ah, ich hab ja keine Munition, wie blöd. Ach, du hast immer noch keine, hoppala. Hier mit der Pistole, mit letzten... Ja, aber ich hab gut auf die Stelle. Uh, die explodieren alles. Ja, das sind wieder die Mörse. Die schießen ja einfach so. Warte, wir werden verfolgt, wir werden verfolgt. Upsa, weg da! Ach, die fahren jetzt runter, oder? Ja. Ja. Nein, kommen wir wieder. Alter, sind die hartnäckig. Wir haben halt auch jetzt... Nein, du hast das andere. Wir haben halt auch gerade nicht das beste Auto, oder? Ah, passt schon, die kommen ja nicht mehr nach. Hey, das ist da oben, glaub ich, wo ich gestorben bin. Weil das... der Tank vor mir explodiert ist. Okay. Oder? Ja. Das war da. Dieser Tank, der weiße. Ich hab mich da hinter der Mauer versteckt und der ist explodiert. Und bam, war tot. Ja, dann hoffen wir, dass das jetzt nicht passiert. Oh, Fakt, sie kommen doch, sie kommen doch. Sie haben uns verfolgt. Alter, was ist los mit denen? Ach, du hast es schon, okay. Ich hoffe, die sind jetzt nicht aufmerksam auf uns gefahren. Nee, das war doch jetzt voll leise. Voll ne easy Explosion, bitte. Kleine Kindergarten-Dreck. Ah, mich sieht einer! Drohne weg, Drohne weg! Ich bin drin. Tango ist tot. Okay, was nehmen wir? Waffenteile oder irgendwas, wenn es das gibt. Fertigkeiten. So, kann ich jetzt eigentlich den Fallschirm schon? Ah, immer noch nicht. Mine könnte ich machen. Braue ich aber nicht. C4 könnte ich machen. Ah, okay. Das ist ein Treffer. Okay, es ist alles gut. Okay. Ich hätte vielleicht doch für ein Fallschirm sparen sollen. Wolltest du die Akte? Jo. Mache ich den Typen in dem Haus. Aha. Gut. Oh ja, da gibt's Munition. Aber ich denke, sie sind unten, oder? Ja. Ja, wo ist er denn? Da oben. Ja, gut. Das war's. Gut. Alles go, alles go, alles easy go! Wo war die Munition? Wo war die Munition? Oben oder unten? Unten. So, mal nächste Markierung. Willst du zwischendrin gleich einen Story-Einsatz machen, oder willst du erst, dass wir die ganzen Sachen für die Story-Einsätze holen? Story. Story. Story, okay, dann machen wir jetzt mal was für die Story. Du musst nur beitreten. Oh, upsie. Warte kurz. Ah ne, nehme ich lieber den da vorn. Was du? Ey, ich habe kurz antworten müssen auf ne Nachricht. Ach so. Voll professionell, wie ich bin. Ich weiß gar nicht, wie lange willst du noch heute machen? Sag mal erst mal heute bis 8. Ja. Weil, dann haben wir erst mal genug. Abkürzung! Den nehme ich auch. Komm nur nicht so sanft durch, wie du. Oh, wer ist denn da? Ähm, hallo. Hey, crazy! Äh, wir haben Besuch! Was läuft so? Haben wir nicht gesagt 18 Uhr? 18 Uhr, echt? Ja. Äh, da war ich nur auf der Arbeit. Ach so. Ja, wenn du willst, ne halbe Stunde würden wir noch machen. Okay, gerne. Oh, 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 ich werde entdeckt, ich werde entdeckt. Ach, der Zocki fährt schon weiter. Ich habe hier unten das Lager leer gemacht. Ach so. Ich habe mir gedacht, das... Ja, passt schon. Du wärst wahrscheinlich noch einen Charakter erstellen müssen, oder, Crazy? Auf dem Profil. Äh, klar. Ich muss jetzt mal Jubel öffnen. Boah, sag mal, wie viele Gegner sind denn das? Ach, das ist ja ein Gefängnis, ne? Ich hätte vielleicht zuhören sollen. Da ist... Wird der schon von Gegnern überrannt? Oh, Bacy hat sie schon aufgescheuert. Ja, ich wollte den Sniper erwischen, so jetzt habe ich ihn. Ups, was ist das? Aber sie haben mich nicht direkt gesehen, ne? Sie haben nur die Schüsse gehört. Scheiße, Alarm! Okay, den habe ich nicht bedacht. Oh, ehrlich. Den können wir ja deaktivieren. Irgendwie. Hast du gerade die Lichter ausgeschossen, Zocki? Ja, aber die haben gar nicht geläuchtet bei mir. Oh, was der... Ja, es ist ja auch Tag. Ja, ja, ich habe da aber nur ein Symbol gesehen, deshalb... Oh, fucken Heli. Oh, der Heli sieht mich. Au, 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 au. Ich... Ich lenke den Heli mal komplett auf mich. Vielleicht. Ja, aber warum schießt du dann auf mich? Was soll der Scheiße entdecken? Oh, ich lieg gleich. Ja, ich auch. Ah, fuck, das war ein Gegner. Ich dachte, das wärst du. Warte, ah, fuck, da oben. Du, schnell, 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 schnell. Oh, fuck, der Heli, der Heli, der Heli, der Heli, der Heli. Au, au, au. Pinters Gefängnis, genau. Ach, schade. Ich könnte jetzt den Granatwerfer gut gebrauchen. Kann ich mir den schon kaufen? Hoppa. Oh, fuck. Äh, Granat, 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 Signal, Fern, Aufklärung, Mine, Körper, Ausdauer, Schild, Trupp. Ah, Granatwerfer, aber nein. Scheiße, fuck you! Was denn? Übersteuert. Er übersteuert. Wow, was war denn das für ein Typ, der hat einstecken können jetzt da. Übersteuer ich gerade? Nö. Nein. Verdammt, ich erwisch den, den, den Piloten nicht. Ah, kacke, ich lieg am Boden, ich lieg am Boden, Betsy. Wo, wo, wo? Ach, da. Da, natürlich. Ah, ich hab keine Zeit jetzt. Hinter dir. Ah. Ja, okay, das haben wir jetzt auch doof gemacht, ne. Ja, diesmal nicht dich, nur du. Ja, diesmal war ich schuld, weil ich den Typen nicht getroffen hab und... Abgelenkt war, Sonne hat mich geblendet, immer wieder dasselbe Dreck, immer die blöden ausreden. Ne, ne, die sind nicht blöd, nur alt. Trying. Ja, das ist so... Warte, das ist so. Okay, ich bin aber in der Nähe. Ja. Ich bin, ja. Naja, hier auch nichts weit weg. Das ist neben mir. Wir haben eh nichts weit weg. Jetzt markiere ich schon mal. Vielleicht sollten wir erstmal so zwei erwischen, die außerhalb gehen. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Mehr erwische ich von hier gerade nicht. Okay, ich nehme den, was ich markiert habe. Okay. Auf, warte, die scheiß Büsche sind weg. Drei, zwei, eins. So, ich habe dann auch noch. Ja, ich habe ein bisschen daneben geschossen. Auf der Mauer habe ich gerade keine entdeckt mit einem Fernglas. Scheiß Büsche. Die Drohne geht ja noch nicht so weit. Ah, da ist einer. Ah ja, sie ist gerade. Du hast ihn. Jep. Wie sieht es beim Crazy aus? So gut also. Ja. Da drin ist keiner, wo die Waffe steht. Ah, da, da, da. Fuck, jetzt bin ich aus Versehen aufs Schießen gekommen. Ich wollte gerade nicht schießen. Scheiße, 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 scheiße. Ah, da hätte ich jetzt einen guten Weg da reingefunden. Da, da schaltet er den Alarman. Wir wissen, dass wir hier sind. Vorsicht. Ja, blöder Wichser. Was ist denn los? Warum treffe ich jetzt nicht? Ah, den hast du. Probier gerade über die Berge zu gehen. In das Gefängnis. Ich glaube, das könnte ich sogar schaffen. Jetzt kommt der scheiß Heli wieder. Komm, geht er hoch. Ich schieße einfach die... Oh mein Gott! Fuck! Scheiße. Ja, eine Rakete hat mich erwischt. Ich bin tot. Weiße, oh, du bist ja ganz unten und ich bin über die Berge. Alter, was schießt denn jetzt? Oh, fuck, da unten bei dir ist ein Gegner. Den habe ich nicht gesehen. Okay. Taz mit X. Scheiße, X. Ah. Scheiße. Ich habe gerade Red Bull über die Tastatur geschickt. Was machen wir jetzt? Oh. Ja, Zocki. Schießen gewesen, hätte ich gesagt. Müssen wir ein bisschen besser aufpassen, gell? Ja, das soll ich machen. Das Leben ist hart. So, jetzt machen wir es aber professioneller. Du markierst da schon. Weiß ich nicht wem. Wem wurscht. Den hinter uns. So. Okay, jetzt machen wir es nochmal mit dem Fernrohr. Dein einer ist weg. Alter, ich fange gerade erst mit dem Markieren an. Er ballert schon wieder hier voll krass durch hier. So, ich schieße wieder auf den Markierten, okay? Bist du bereit? Warte, warte, warte. Ich bin nochmal am Markieren. Moment. Schnell, bevor die weg sind. Ja, okay, passt. Drei. Drei. Zwo. Eins. Ich habe schon wieder daneben. Scheiße. Du auch. Ja, weil er jetzt blöd gerannt ist. Ich habe ihn. Okay, die anderen haben es, glaube ich, nicht mitgekriegt, oder? Nee. Dann, ich weiß nicht, wenn ich auf die Sirenen schieße. Die gehen ja kaputt. Ich habe die auf der Mauer. Ich zerstere die Sirenen. Okay, ich gehe wieder über die Berge, weil das war gar nicht so schlecht. Ja, da kommst du ungesehen ins Lager über die Berge. Okay, Sirene erledigt. Können Furzen gehen mit Alarm diesmal, denke ich. Meinst du? Ich habe drauf geschossen, sie werden nicht mehr angezeigt. Okay. Jetzt lasse ich mal die erste Drohne drüber fliegen. Vielleicht sehen wir jetzt ein bisschen was. Ah, das sind auch voll viele Bewohner. Ja, das ist ja mir wurscht. Wow, da ist der Mörser. Okay, warte. Da steht doch einer, oder? Hab ihn. Oh, ne, der Mörser ist da drin. Ich habe da oben den Scharfschützenkarl gemacht. Upsi. Da habe ich jetzt nicht mitdacht irgendwie. Hab auch einen. Crazy, bist du noch da? Oh, der Crazy hat sich doch wieder dagegen entschieden mitzuspielen. Vielleicht war ihm eine halbe Stunde zu wenig. Oh, scheiße, den Bezug ist kann. Was? Ich bin doch noch da. Achso, du bist doch noch da. Okay. Ich habe nur, der Mikrofonpegel wird automatisch von Uplay angepasst. Deswegen muss ich da immer hochdrehen. So, habe ich den. Ah, den hast du? Okay. Okay, ich glaube, das Vorlager dürfte jetzt einigermaßen befreit sein. Oh, da oben ist auch noch einer. Moment, den hole ich gleich. Hola! Fuck. 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 Na? Was denn? Harbin. Ach, du bist über mir. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen schon mal da unten alles. Also, ich gehe schon mal in das untere Lager. Da rennt einer Ras. Scheiße, das gibt es doch nicht. Hast du verfehlt, diesmal? Der ist auch gepanzert. Ach, bei Mörse. Bei Mörse, da hinten ist noch einer. So, ich dachte, den hätte ich. Ich würde mir gerne den Mörser für uns holen. Au! Au! Warum war das jetzt gerade doppelt dein Au? Hä? Ach, das ist beim Crazy, glaube ich, oder? Was ist denn los? Komm raus da! Wo sind denn die, die? Hier muss doch einer sein, hier. Er ist doch... Hä? Der wird mir doch hier auf der Karte angezeigt. Ah, da ist er! Jetzt schauen wir mal, ob ich den Mörser auch benutzen kann. Natürlich nicht, oder? Ah, schade. So, da war... So geil, wenn ich den Mörser hätte jetzt auch benutzen können. Äh, da oben ist noch ein Sniper bei dir in der Nähe, oder machst du den schon? Mach ich schon, ich gehe hin. Gut, dann gehe ich unten, von unten nach oben. Tja, das war halt schlecht. Und Dokumente habe ich auch da oben. Super. Ah, fuß tut weh. Cica be la pronte. Oh, fuck, 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 die Gepanzertensehen mich. was explodiert ja das ist ja ausgezeichnet frage das hat mich erwischt scheiße 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 warum erwische ich ihn nicht weil er leckt der kleine peter leckt hilfe wieso kann ich mich nicht selber retten ok gut die habe ich erledigt aber da kommt noch wer da kommt noch wer das war auch gesundheit kräftig werde ich gerade in game in der pp ja du hast ihn gesehen gar nicht doppelt crazy boy ob er schießt hier auf mich so null ich kann gleich in der nähe von dir spawnen Nee, kann ich nicht, weil du zu nahe bist. Woah! Fuck! Crazy wer da und lebt. War ein bisschen weiter weg, aber... Aber crazy kann ich auch nicht join. Woah! Erst bei mir kommen jetzt alle. Fucky! Scheiße! Du sagst es, mein Freund! Alter, ich kann dir richtig zusehen, wie der Typ gerade auf dich zuläuft. Dass der den Begel immer runterdrehen muss. Oh, fuck, 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 fuck! Und Mist! Scheiße, Granate! Ja. Ja. Warte, ich muss mir Soki da hinten beim Kämpfen zusehen. Kann ihm nicht helfen. Das sind zu viele. Soki, du weißt was du tun musst. Ja, Selbstmord begehen! Verwandle dich in einen Super Saiyajin! DAAAN! Blaun aber! Fuck! Aber Crazy ist da! Wir sterben deswegen nicht. Gut, oder? Ah, ich kann bei Crazy hin sogar. Ja, wenn du lang auf Enter drückst. Ach, lang hätte ich drücken müssen. Verdammt, ich drück dauernd kurz. Okay, Soki, Moment, wo bist du? Da, wo ich gestorben bin. Wir sind sogar bei dir in der Nähe. Ich komme. So, warte kurz, ich muss kurz was holen. Ich muss die Tastatur pischen. Das geht doch nicht. Der Crazy ist eigentlich schon da, oder sehe ich nur den Crazy? Ähm, ich bin schon da. Ah, okay. Ich wisch mal über die Tastatur. Hoppala! Drück kurz unten. Oh, ich fall hier runter. Oh mein Gott, das war falsch. Oh Gott, jetzt haben sie mich alle gesehen. Oh, sch- Ja, Rundkopfhörer, ich hör nix. Wieder voll professionell. Ja, das war jetzt nicht professionell. Ich wusste nicht. So. Warte kurz, gleich hör ich euch wieder. Nein, das sind die falschen Kopfhörer. Boah, verdammt, verdammt. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Crazy? Ja, 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 ich bin so gut. Wir sind nur kurz. So, ich hör ich wieder. Jetzt bin ich wieder da. Oh, geh da hoch, geh da hoch und leg dich hin. Fuck, die wäschen mich von hier immer noch. Hey, was? Sprachausgabe. Nein, geh weg. Was ist hier los? Oh, ich sterbe, ich sterbe. Oh, jetzt bin ich tot. Hey, was ist denn jetzt los? Geh Leute. Sprachausgabe wird beendet. Wieso ist der Crazy wieder weg? So. Bin ich, bin doch da, oder? Nee. Du hast gerade das Spiel verlassen. Echt? So schönes. Gott, nur Probleme hier. Ich lege auch wieder am Boden oder so nebenbei. Ja, wieso? So. Bei mir steht auch direkt ein Gegner. Vorsicht. Unter, unter dir ist jetzt ein Gegner. Unter dir, direkt unter dir an den Steinen. Jetzt wartet doch. Ist ja Wahnsinn mit dem Bad Wood. Ich lebe zu dir hoch. So, wo liegst du? Unter. Ah, da. Da, da. Ich seh dich schon. Ich seh dich schon. Vielen Dank. Was vielen Dank? Ich hab da gar nicht gedacht. Du hast dir aufgeholfen. Hä? Ja, ich bin, äh, gespawnt neu. Aha, okay. Schubst. Wie Wahnsinn. Ja, da waren zu viele Gegner auf einmal. Ja, da unten rennt auch einer wie Dom. Hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon. Zwar nicht mit sehr viel Präzision, aber ja. Gut. Gegner, alle weg. Wirds Lager erfasst? Nee, da unten sind noch welche. Das ist immer noch orange. Wulsch, ich dring da jetzt ein und kill die. Ich seh ne montierte Waffe. Aha. Okay, mit der Drohne hab ich keinen mehr gefunden. Okay, drüber springen. Ist wohl nicht. Kann ich einfach die Tür öffnen? Nee. Gab's nur einen Eingang rein, hm? Ja, aber auf der anderen Seite war die Tür auch zu. Das heißt, das war nur über die Berge möglich. Nee. Kann ja nicht sein, wir müssen da irgendwie rein. Wir müssen da rein, das kann nicht sein. Wir müssen rein, wir müssen rein, wir müssen rein. Gut. Erst, wer sieht mich denn jetzt schon wieder? Oh fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, da oben ist das Geschütz, der hat mich. Da hab ich jetzt, das hab ich jetzt wohl nicht mitgekriegt. Wer dort? Ich hab erst auch nicht drauf geachtet. Ist das noch am Geschütz? Ja. Wirf eine Granate hoch. Oh, die ist drüber. Ja. Die ist besser. Nee, doch nicht. Nein, nicht einmal annähernd. Er ist weg vom Geschütz. Aber jetzt rennt ein anderer zum Geschütz. Jetzt rennt ich um. Da ist ein zweiter Tango. Sie beruhigen sich. Die denken wir sind weg. Ja, genau, warum schießt er da so blöd? Ich weiß ja, ich lieg auch. Nein. Aber wir sterben nicht, das heißt. Ja, das heißt, ich muss zu Chipy Crazy spawnen. Ja. War eh nicht weit weg. Gut gemacht. Ja, ich lieg noch hier unten, weil ich kann ja noch nicht spawnen. Komm ich ja noch genau rechtzeitig. So. Kann man da nicht durchschießen? Weiß nicht. So. Eigentlich wollte ich ja versuchen, hier irgendwie rein. Wir müssen hier rein. Da kommt mal rein. Äh, schön, dass du mich liegen lässt. Ja, du hast mir auch nicht aufgeholfen. Ja, ich hab's aber versucht. Hallo, was ist los? Ja, ich kann ja auch nicht versuchen, wenn der ein Geschütz ist. Ich muss den ja vom Geschütz wegkriegen. Ja, 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 ja. Naja, nicht. Nee. Nee. Nee, du hast einfach damit bewiesen, dass du mich nicht lieb. Lieb. Dass ich dich nicht lieb, ja. Lieb hab, das ist was anderes wie lieben, ne? I love you, baby. Hey, ey, ey. Das ist halt ein Gefängnisdorf überhaupt. Ja, das ist ein Gefängnisdorf. Haben die ungemobelt. Ja, willst du mich vorweichen? Öffne das jetzt da. Zack. Zack. Bam. Ofen. Komm. Die Cameranda patinto. Gracias, señorita. Mucho gusto, bene. So, da oben hat er zackige noch gemeint, waren Dokumente. Dann fahren wir da schnell noch hoch. Ähm, das Dorf ist safe, denk ich jetzt, ne? Glaub ich auch, ja. Okay, dann werde ich mich hier mal umgucken müssen, ein bisschen. Oh, scheiße! Was war das jetzt schon wieder? Da schreit er auf einmal. Das war, das war ein fetter Sprung in die Tiefe. Alter, er brüllt auf einmal auf. In die Tiefe, ein großer Sprung. Brüllt er auf einmal da voll ins Mikro. Tja, ich hab gedacht, ich kann irgendwie so Batman-like-mäßig aufs Dach, aber... Nö. Nö. War es zu hoch? Für dich? Ja. Alles klar. Ja, man muss halt so ins Lager gehen, wie es ich mache, als Pro, gell? So, und schon bin ich drin. Tja. Batsy der Pro, man. Wieso läuft denn jetzt da bei mir Musik? Was soll denn der Scheiß? Musik aus. So, soll man Zocky helfen, oder? Wenn du mich liebst. Wenn du mich liebst. Er liebt mich nicht! Oh, wie. Scheiße, jetzt habe ich's Handy feiert. Was? Ich habe gerade auf Heil gedrückt. Was war das los? Ich habe gerade auf Heil gedrückt, Zocky. Du liebst mich nicht. Alter, er drückt da einfach mal auf heilen, ja? Und dann stellt er irgendwelche Behauptungen auf. Ja, ja, ja. Gleif euch! Nachher suchen wir eigentlich hier in dem Lager. Ich hab's schon wieder vergessen. Noten? Prostituierte. Ich brauch Drogen, Noten. Wahnsinn. Dann kann der Mist ausgeschaltet werden, den ich da gerade hab. Ja, schieß dir den Kopf. Alles. Ich hab da dauernd Musik gelaufen, das nervt voll. Gamer geschützt. Absolut. Nicht so schlimm! Be-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Ich mein, sie hört sich ja gut an, gä? Ah! Es ist aus. Sehr schön. Können wir die Tür aussprengen? Nee, sättlich, ist irgendwo ein Ater, da kannst du drüber uppfen, und dann über die bah-bap-bap-über die Mauer. Und schon heiß. Ah, da ist es. Da hast du irgendwas Wichtiges eingesperrt, was bei Währwichtiges hier. komm raus. Bleib halt drin. Hier scheiße. Wo? Ah, ich hab den PC. Aufpassen, leidln. Kann ich da was machen? Nö. Arschmoin. Wir haben es geschafft. Wir sind so super. Super. Gibt irgendwas in dem Lager? Irgendwelche Küsten? Wir haben nix gesehen. Also ich sehe ja nur Munition, aber sonst nix, was man gebrauchen könnte. Ich sehe ja auch nur Munition. Oh, hier ist irgendwo noch ein Gegner. Wow. Außerhalb sicher. Ne. Bin. Okay. Ich könnte dich sehen. Ich bin endlich wieder gefangen. Ah, hier ist auch ne grüne Kiste. Ja, der Zocki sagt, hier sind keine. Echt? Da ist eine gewesen. Habe ich die nicht? Oh, die habe ich schon. Okay. Voll, dann habe ich die voll vergessen. Ja, weil ich zu oft gestorben bin. Ach, über die Karre da. Hey, Zocki. Ja, traust du dich hier runter? Immer. Moment, wo bist du? Ja, runter. Aua. Aua, ich habe mir wehgetan. Wieso liegt es? Ich liegt. Er ist auch crazy noch. Schaut, ob es er schafft, so wie ich runterzukommen oder ob er. Nee, crazy stirbt gleich oben und fliegt dann runter bei mir. Ähm. Ja, ich bin komplett runtergejumpt. Ja, bei mir bist du oben gestorben und dann ist deine Leiche, also dein Verletzter runtergefallen. läuft. So, schau mal, kriege ich ein Fallschirm schon? Nein. Solange mein Charakter nirgendwo festpackt. Ja, das wär's blöd gewesen. Wir könnten die Paterie. Paterie. Und die Reichweite der Drohne ein bisschen erhöhen, hm? So. Könnten wir, ja. Wir könnten auch mehr Rebellenmissionen machen, dann kriegen wir von allen Sachen mehr Punkte. an diese仮 wieder aus. Jetzt erkiste das jetzt. Vielen Dank.